Okay, Quad-Feed haben wir rausgehauen. Kein Problem, Jüks. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video habe ich mir gedacht, werde ich einige Streaks reinklatschen. Also ich werde Blitzkrieg... Leute, ganz kurz. Ich zeige euch mal einfach direkt, was ich überhaupt spiele, mit welcher Klasse ich spiele. Das ist nämlich diese Klasse hier, Torpedo 2. Hier ganz üblich, hier Schnellfeuer, Vollmantel und Magazinerweiterung. Gebirgedivision spiele ich, Grundausbildung spielen bei Blitzkrieg. Und in diesem Video werdet ihr einige Streaks von mir sehen. Ich werde die ganzen Streaks raushauen. Und hier Akte. Moment, Punkteserie meine ich. Ich habe Aufklärungsflugzeug, Artillerie, Fallschirmjäger und die Flächenbombardierung. Da werde ich einige Male die Flächenbombardierung raushauen in diesem Video. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und eine Halbzeit, ich sage es euch jetzt schon vorweg, ist die krasseste Halbzeit, die ich mir jemals mit der Sniper gespielt habe in Herrschaft. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Guckt euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, denn am Ende kommt diese krasse Streak. Es werden auch vorher einige Streaks kommen. So, Leute, ich würde sagen, wir labern nicht mehr so um den heißen Brei rum. Wir gehen direkt rein ins Gameplay. Da ist einer. Als ob jetzt hier keiner mehr kommt. Oh, lol, hinter mir. Da oben. Lol. Wie ihn wir noch bekommen haben, ne? So, nachladen. Ich bin jetzt auf der anderen Seite gespawnt. Oh, shit, ich habe Angst. Man braucht noch nicht nachladen. Fünf Schüsse noch. Alles cool. So, hier sind jetzt einige. Oh, shit. Krass, wie wir den noch geholt haben, ne? Das war echt unbelievable. Ah, die werden schon wieder auf der anderen Seite gespawnt. Der Spawn hier in Team Deathmatch ist zwar abgefuckt teilweise. Okay, wir haben Artillerie rausgehauen. Immerhin haben wir das geschafft. Boah, gerade noch so bekommen. Okay, wir haben 10er Streak. Wir haben 10er. Wir können eventuell noch Fallschirmjäger raushauen. Boah, fast gestorben da gerade. Da hinten. Jawohl, wir haben Fallschirmjäger. Wenn auch nicht alle Kills mit der Snipe. Aber ich glaube, das passt schon. Bomber haben wir auch. Wir haben Flächenbombardierung. Fallschirmjäger. Oh, fuck. Wohin mache ich das? Die Aufklärung ist das Ziel. So, komm her, Kollege. Hier drin ist noch einer. Oh, shit, man. Okay, wir haben das gewonnen. 26 zu 5, Leute. Nice. Das war echt eine korrekte Runde. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal alle Streaks hier hinbekommen. Die, äh, braunze Sterne haben wir natürlich auch geholt. Okay. Warum ist die, ähm, Kick hier manchmal so komisch? Manchmal Third Person kurz und dann geht es wieder... Ne, es geht gar nicht mehr in den First Person rein. Ja, gut, Leute. Auf jeden Fall werden wir noch ein Spiel machen. Und versuchen, wieder die Streaks rauszuhauen. Werden die überhaupt noch hier gespawnt? Oh, yo. Noch mehr? Ne, keiner mehr. Aber hier werden welche gespawnt. Ich habe Angst, dass die wieder hier irgendwo gespawnt werden. Werden die auch tatsächlich... Die Artillerie haben wir. Da oben ist noch einer drin. Holy shit. Oh mein Gott. Wir haben die Fallschirmjäger. Oh mein Gott. Wir haben die Flächenbombardierung rausgehauen. Ach, du heilige Makrele. Oh, was zur Hölle? Was ist das hier für ein krasser Start hier ins Game rein? Äh, wo denn ballern wir das denn? Einfach mal hier hinten drauf, glaube ich. Aufklärung kommen wir auch direkt raus. Komm. Oh ja. Oh Gott. Oh Gott. Zwei Schüsse noch. Ach, da schade ich mal Kräle. Oh Gott. 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 was passiert hier oh gott was passiert denke ich oh mein gott zähne haben wir rausgehauen gibt mir doch einfach die kills jetzt braucht sie nämlich dringend lol ok quad feet haben wir rausgehauen kein problem jüngst gott sei dank da ist einfach jemand drin oh gott oh gott oh gott was passiert hier das kann ich sein muss hier weg muss ja wie war weg nachladen artillerie haben war gott ok ok wow 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 was werden wir oh gott verdammt wir haben gewonnen ich habe die artillerie rausgehauen what the fuck alter ich habe die quad feet rausgehauen warum ist das hier killcam zeigt mir das jetzt ein kill hat er gemacht leute ein kill und das bin ich sogar zwei kills nur weil ich auf der flagge stand das ist besser als das was ich gemacht habe ich habe doch diese zwei leute damit mit der granate geholt auf der flagge sogar und dann auch noch zwei leute quickscope das ist nicht besser als das das ist jetzt die killcam des spiels anscheinend also real talk jetzt das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein wie kann man was denken sich die entwicklung und sledgehammer games denken sie sich überhaupt irgendwas dabei ganz ehrlich jetzt ganz ehrlich real talk kann nicht sein oh mein gott wir spielen tatsächlich auf gustav kennen herrschaft auf gustav kennen mal gucken was wir hier so reißen können oh gott sei dank jawoll wir haben tatsächlich geschafft zu safen oh gott oh gott ich gehe lieber runter bevor hier noch wo hier ist einer neu 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 warum kann ich ihn nicht bekommen oh mein gott was passiert hier eigentlich warum habe ich so eine waffe euch nachladen muss los ja die aufklärung auch raushauen die werden auch da wird aber auch noch einer gespawnt egal ich weiß nicht wo die gegner sind das ist grad voll das problem man da chillt einfach einer sieht die noch hier bei c artillerie haben war so leute kommt dran ich hätte ihn safe geholt egal er glaubt mir alle kills so wir haben gleich fallschirmjäger oh gott ich muss hier weg mann oh gott oh gott oh gott wir haben die fallschirmjäger wir nehmen jetzt auch ein ich glaube ich sollte mal auf arm meine artillerie und ein klatschen oder sowas ja wir haben flächen bombardierungen haben auch direkt raus was ist das eigentlich für ein start hier gerade ach du heilige wir haben 15 what the fuck ich habe noch angst dass ich mich darf ich nur nicht selber kill mit diesem fucking der flachenflächen bombardierung muss ich mal auf die minimap gucken wo die dieses schifter lang fliegt er dies flugzeug lang fliegt oh gott oh gott oh gott wir sind jetzt wieder bei c ich habe so schwitzige hände gerade oh mein gott nein 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 ich habe fast gestorben schon wieder oh gott oh gott oh gott oh gott wir haben brutal acht uhr heilige makrele das kann ja wohl nicht wahr sein wir haben aufklärung schon wieder die aufklärung warum ich die wieder rausgehauen ob keine ahnung was habe ich mich wieder regeneriert ein bisschen ich habe so angst alter wo werden die jetzt gespawnt hier oh fuck oh mein gott heftig fast gestorben nein wir sind gestorben fuck 28 zu 1 oh mein gott war das krank digga ich habe keine ahnung ich hätte die v2 eventuell raushauen können ach du heilige scheiße man wie sie gehen so krass ab hier ich sag's euch leute gustav kennen ist die allerbeste map die ich jemals in meinem ganzen leben gesehen habe genau wer geht im akt gerade bei c sind welche ey da war noch einer ich hätte ihn ich hätte den anderen auch noch holen können so 31 31 zu 2 leute zur halbzeit was zum teufel so leute das war's mit dem video falls euch das video gefallen hat lasst auf jeden fall ein like da das war meine aller krasseste erste halbzeit eines herrschaft spiels die ich jemals hatte und ich würde sagen ich grinde jetzt weiter ich nehme jetzt auf für die nächste folge und schreibt in die kommentare rein was ihr von mir als nächstes sehen wollt ob ihr bock habt auf shipment oder schreibt einfach irgendwas rein was ihr wissen wollt irgendeine frage zum snipen keine ahnung ist mir auch egal schreibt irgendwas rein ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten video haut rein leute bis zum nächsten mal und Bis zum nächsten Mal.